Ehrlich gesagt, mich ärgert das, dass dieser Donald Trump die ganze Aufmerksamkeit bekommt und Bernie Sanders fast keine. Dabei stellt dieser nette ältere Herr gerade Amerika auf den Kopf. Amerika, das war immer das Land, wo echte linke Politik als Neidhammelei galt. Und jetzt spricht jemand, der sich selbst einen Sozialisten nennt, vor allem junge Leute an, sammelt riesige Menschenmengen, sammelt auch mal eben 80 Millionen Dollar fast an Kleinspenden ein und sitzt der Hillary im Nacken und die wird ihn einfach nicht los. Da hat sich was fundamental verändert in Amerika. Der American Dream hat sich ausgeträumt. Die Mittelklasse ist abgerutscht und fühlt sich vom System beschissen. Vor allen Dingen junge Leute, die starten jetzt in vollkommen unsichere Jobs mit riesigen Schuldenlasten aus dem teuren Studium. Alle diese Leute wollen einen neuen Deal. Und für den neuen Deal steht Hillary nun wirklich nicht. Die ist seit einem Vierteljahrhundert im Zentrum der Macht. Sie nennt das Erfahrung. Die Freunde von Bernie schnuppern den Muff von Washington. So wie das jetzt mit den Delegiertenstimmen steht, wird Hillary am Ende tatsächlich die Kandidatin werden. Aber bis dahin kann ihr Bernie Sanders den Glanz und die Aura einer Siegerin rauben, den sie im Kampf gegen Donald Trump dringend braucht. Dann wäre Bernie Sanders am Ende doch noch wahlentscheidend, aber vielleicht nicht so, wie er das wollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017